Kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH Comedy-Redaktion. Boris, warte mal kurz. Der Felix Möse hat gerade angerufen. Der braucht noch einen Gag zum Thema Führerschein. Ja, da kommt er wieder früh. Habe ich auch gesagt. Aber ich habe schon einen. Pass mal auf. Führerschein oder wie Frauen sagen, die Lizenz zum Töten. Der ist gut. Ja, aber schon ein bisschen hart. Können wir eigentlich nicht bringen. Ja, stimmt auch wieder. Tonne. Wie findest du den? Seit mein Führerschein weg ist, genieße ich mein Leben in vollen Zügen. Oh, der ist aber gut. Aber pass mal auf, Dirk. Ich glaube, ich habe ihn jetzt. Okay. Wer jetzt in der Karnevalszeit seinen Führerschein behalten will, der sollte Minimum eine Flasche Wodka und zehn Bier am Abend trinken. Sag mal. Hä? Hä? Ja, dann findet er nämlich garantiert sein Auto nicht mehr. Der ist es. Ja, muss auch reichen für heute. Komm, machen wir Schluss mit lustig. Genau. Händlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy-Kenner. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH.